Zwei venezolanische Demonstranten griffen am 29. Juni 2017 ein staatliches Warnhaus an, steckten es in Brand und zerstörten die dort gelagerten Nahrungsreserven. Der Gouverneur der Region, Nelson Moreno, berichtete, dass gegen 19 Uhr zwei Männer mit Molokov-Cocktails bewaffnet über den Zaun des Lagers kletterten und ein Feuer entzündeten, wodurch die Halle stark beschädigt wurde. Etwa 40 Tonnen Nahrungsmittel, die für die staatlich subventionierten Supermärkte Mersal bestimmt waren, wurden von den Flammen vernichtet. Infolgedessen werden 40.000 Familien durch das Feuer betroffen sein. Das Lager beliefert auch 399 örtliche Auslieferungs- und Produktionskomitees, 278 Schulen, 31 Diagnosezentren, ein Altenzentrum sowie 52 Speisehäuser. Diese wurden vom damaligen Präsident Chavez für arme alte Menschen eingerichtet, damit jeder wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag bekommt. Beamte aus Regierungskreisen meinten, Die Zerstörung des Lagerhauses sei ein strategischer Schachzug der Opposition, um die Unzufriedenheit im Volk aufgrund von Versorgungsengpässen weiter zu schüren und so den Regierungswechsel zu beschleunigen. In unserer Sendung »Vogel friss oder stirb – Die eiserne Hand der US-Finanzoligarchie« am Beispiel Venezuelas zeigten wir den Wirtschaftskrieg der US-Administration gegen Venezuela und die US-Unterstützung der Regierungsopposition auf. Nun haben es doch tatsächlich zwei Demonstranten dieser US-bezahlten Opposition übers Herz gebracht, zur Durchsetzung von Machtinteressen 40.000 Familien, dazu Schulen, Speisehäuser und so weiter, durch ihren Feueranschlag auf die Nahrungsreserven aufs Massivste zu schädigen. Dies ist bei weitem nicht das einzige Beispiel, wie auf Kosten der notleidenden Bevölkerung Machtinteressen ausgespielt werden. Hier ein weiteres. In der Ukraine blockierte im Frühjahr dieses Jahres der paramilitärische Rechte-Sektor – Eisenbahnlinien in den Osten des Landes. Diese Blockade führte zu massiven Engpässen bei Kohlekraftwerken, die von der ukrainischen Regierung betrieben werden, und bei der Stahlverhüttung. Wir berichteten darüber in unserer Sendung »Ukraine-Krise – Die komplette Verdrehung des Rebellenbegriffs«. Die Folgen waren gravierende Engpässe in der Stromversorgung sowie ein krasser Einbruch in der Stahlproduktion. Die einst florierende, nun aber stark angeschlagene ukrainische Wirtschaft kam noch tiefer zum Erliegen. Diese kleine Minderheit mit Namen »Rechter Sektor« bringt es übers Herz, eine ganze Nation so massiv zu schädigen. Bereits im Jahr 2014 hatte der rechte Sektor im Zuge der blutigen Maidan-Unruhen mit anderen US-gesteuerten ukrainischen Oppositionellen durch einen Putsch die legitime Regierung gewaltsam gestürzt. Daraufhin wurde eine US-hörige Regierung eingesetzt. Kurz und gut. Immer wieder lassen sich Minderheiten oder zur Regierung in Opposition stehende Gruppierungen dazu verleiten, ihre ideologischen oder materiellen Eigeninteressen über die Interessen der Gesamtheit zu stellen. Dabei werden ganze Volksgruppen massiv geschädigt. Genau diese menschliche Neigung, die es fertigbringt, anderen Menschen in massivster Weise zu schaden, wird von den globalen Strebenziehern für ihre eigene Agenda missbraucht. Sie unterstützen Minderheiten und oppositionelle Gruppen finanziell und auf andere Weise, aber letztlich nur, um die eigene Vorherrschaft voranzutreiben. Doch zunehmend durchschauen Menschen aus den unterschiedlichsten Völkern dieses niederträchtige Spiel. Sie geben sich nicht mehr dafür her, anderen Menschen auf Kosten der Gesamtheit zu schaden. Ganz im Gegenteil begegnen sie sich mit Wertschätzung und einem starken Zusammengehörigkeitsbewusstsein. Ich liebe dich und ich brauche dich, sagen sie einander und demonstrieren damit eine weitaus höhere Lebensqualität. Einige Kostproben dazu sehen Sie in unserer Sendung Die Völker spielen nicht mehr mit bei Teile und Herrsche, die wir nun im Anschluss noch einmal zeigen. Die Bestrebungen seitens der Geheimdienste, Regierungen und Machtspitzen auf eine weltumspannende Konfrontation sind je länger, desto offensichtlicher. Dieses Prinzip des Gegeneinander-Aufhetzens und der Schaffung immer neuer Feindbilder hat unendlich viel Krieg, Zerstörung und Blutvergießen hervorgebracht. Zunehmend beginnt von der Basis der Völker her, ein ganz anderer Wind zu wehen. Gleich einem Frühling, der die Knospen der Bäume aufgehen lässt, gibt es ganz neue Anzeichen, dass die Völker gewillt sind, die jahrtausendealte Taktik des Teile und Herrsche zu beenden. Gleich einem Zeichen des Himmels brachte der aufkommende, weltumspannende Frühling am letzten Mai-Wochenende dieses Jahres zeitgleich drei beachtliche und ermutigende Knospen hervor. Am 27. Mai versammelten sich in der Schweiz zum Tag der internationalen Freundschaft über 3000 Menschen, an dem sich Vertreter äußerster Gegensätze ihre Liebe und Wertschätzung bekundeten. Christen mit Moslems und Juden, Amerikaner und Russen, Russen und Ukrainer, Türken und Kurden, Schwarz und Weiß, Alt und Jung und viele mehr. Bande jahrzehntelanger Feindschaft wurden durchbrochen und zerstrittene Religionen und Nationen erkannten im Gegenüber ihre gegenseitige Ergänzung. Der ganze Tag wurde simultan in zehn Sprachen übersetzt und live in die ganze Welt übertragen. Genau am gleichen Tag demonstrierten tausende Israelis in Tel Aviv für eine friedliche Lösung des Konfliktes mit den Palästinensern. Die Kundgebung war maßgeblich von der israelischen Organisation Frieden jetzt organisiert worden, welche den jüdischen Siedlungsbau in Palästinensergebieten kritisiert. Die Demonstration richte sich gegen die Hoffnungslosigkeit, die uns eine Regierung beschert, die Besatzung, Gewalt und Rassismus fortführt, sagte der Chef von Frieden jetzt, Avi Buskila. Während der Demo wurde auch eine Mitteilung des Palästinenser-Präsidenten Mahmoud Abbas verlesen. Es ist an der Zeit, dass wir in Frieden, Harmonie, Sicherheit und Stabilität zusammenleben. Ebenfalls am letzten Wochenende im Mai wurde auf YouTube ein arabisches Video veröffentlicht, das bis dato 6,5 Millionen Aufrufe erzielte. In diesem Musikclip stellt sich das muslimische Volk einem Selbstmordattentäter mit Sprengstoffgürtel entgegen und appelliert an ihn, Du, der du kommst, im Namen des Todes. Er, Gott, ist der Schöpfer des Lebens. Bete deinen Gott mit Liebe an, mit Liebe, nicht mit Terror. Konfrontiere deinen Feind mit Frieden, nicht mit Krieg. Überzeuge andere mit Nachsicht, nicht mit Zwang. Lasst uns Gewalt mit Gnade bombardieren. Lasst uns Täuschung mit der Wahrheit bombardieren. Lasst uns Hass mit Liebe bombardieren. Wenn derartige Dinge auf der ganzen Welt in Bewegung kommen, erkennt man himmlische Kräfte, die über alle Grenzen hinweg ein neues Bewusstsein der Einheit und Versöhnung in den Menschen bewirken. Ein und dasselbe geschieht gleichzeitig bei Christen, Juden und Moslems. Schöpfen Sie selber Mut und Kraft aus dem nachfolgenden Zusammenschnitt des Tages der internationalen Freundschaft und dem bewegenden arabischen Musikvideo. Teilen Sie die Links mit Menschen auf der ganzen Welt. Die Zeit ist jetzt, dass die Macht der Liebe den Hass überwindet und die Menschen erkennen, dass sie sich gegenseitig brauchen. Laut einem Medienbericht des Schweizer Radio und Fernsehen SRF vom 20. Februar 2017 haben in der Ukraine Anhänger des paramilitärischen regierungsnahen rechten Sektors Eisenbahnstrecken blockiert, um den Transport von Kohle aus dem Donbass, der Ostukraine, in die Westukraine zu verhindern. Doch warum das? Der Donbass gehört zu dem Teil der Ukraine, der sich nach dem gewaltsamen Regierungsputsch im Jahr 2014 nicht der neuen verfassungswidrigen Regierung unterstellte. In der Folge ging die westukrainische Armee im Verbund mit dem rechten Sektor militärisch gegen die Ostukraine vor. Die sich zu wehrsetzende Bevölkerung des Donbass wurde von der Kiewer Putschregierung und den westlichen Medien, Rebellen oder sogar pro-russische Rebellen genannt. Für die neue Kiewer Regierung hatte das ein umso größeres Gewicht, da die ostukrainische Bevölkerung wegen der historischen Grenzverläufe zu großen Teilen russischer Abstammung und Sprache ist. Diese Bevölkerung pro-russischer Rebellen dürfe man keineswegs unterstützen, nein, man müsse sie um jeden Preis bekämpfen und boykottieren. Dieses sich ständig wiederholende Negativbild der pro-russischen Rebellen im Donbass wurde dann durch die Medien auch in Köpfe der westlichen Welt eingemeißelt. Doch hält diese Sichtweise einer genaueren Überprüfung stand? Laut dem deutschen Duden ist ein Rebell jemand, der sich an einer Rebellion beteiligt. Ein Aufständischer, das meint jemand, der aufbegehrt, der sich widersetzt. Diese Definition passt tatsächlich mehrheitlich auf die Bevölkerung der Ostukraine. Denn die Menschen des Donbass widersetzen sich der Putschregierung, die die Macht in der Ukraine im Jahr 2014 gewaltsam und unrechtmäßig an sich gerissen hat. Und während der Rest der Ukraine aufgrund der Maidanunruhen traumatisiert, durch die Medien desinformiert und durch das Gegeneinander Aufhetzen gespalten war, entschied sich die Mehrheit der Ostukrainer in freien Wahlen dafür, die unabhängigen Volksrepubliken Donetsk und Lugansk zu bilden. Denn ihnen blieb ganz augenscheinlich die US-amerikanische Handschrift hinter den Maidanunruhen nicht verborgen. Diese Unruhen waren langfristig von der US-Botschaft in Kiew vorbereitet und von der US-Administration unterstützt und finanziert wurden, wie Klagemauer TV in mehreren Sendungen berichtete. Das ukrainische Volk war zwar seinerzeit unzufrieden mit der damaligen Regierung, aber genau diesen Umstand nutzten die damaligen US-gesteuerten ukrainischen Oppositionellen für sich. Durch einen Putsch wurde die legitime Regierung gewaltsam gestürzt und eine US-hörige Regierung gebildet. Und das inmitten und zulasten eines Volkes, das ursprünglich mehrheitlich, russlandfreundlich, also prorussisch war. Somit kann bei der Mehrheit der ostukrainischen Bevölkerung nicht von Rebellen im klassischen Sinne gesprochen werden, sondern von einer Opposition, die an einer juristisch-politischen Geradlinigkeit festhält. Wenn nun diese Oppositionellen trotzdem als prorussische Rebellen beschimpft, beschämt und sanktioniert werden, dann ist dies im Grunde genommen nicht korrekt. Denn es sind ja Aufständische gegen die proamerikanischen Verfassungsbrecher und Volksverräter. Die Begriffsverdrehung geht bei genauerem Hinsehen aber noch tiefer. Aufgrund der gewaltsamen Vorgehensweise der ukrainischen Putschregierung entgegen der ukrainischen Verfassung oberstellt diese im Grunde genommen eine Rebellion gegen den ukrainischen Staat dar. Und zwar eine proamerikanische Rebellion ließen sie sich doch als verlängerter Arm der US-amerikanischen Interessen für diesen Putsch willig rekrutieren. Dass diese gründliche Betrachtung weit mehr als nur eine haarspalterische Wurtklauberei ist, zeigt der Blick auf die Konsequenzen dieser beständig schwelenden Spaltungen und Unruhen in der Ukraine. Als Folge der Eisenbahnblockade durch paramilitärische Einheiten des regierungsnahen Rechtensektors, die den Weitertransport der Donbass-Kohle verhinderte, kam es nämlich zu schmerzlichen Versorgungsengpässen bei der Bevölkerung in der Westukraine. Denn es ist ja Winter und da braucht es Heizmaterial. Engpässe dieser Art und Ursache kannte man so lange nicht, wie das ukrainische Volk noch als Ganzes funktionierte. Das heißt, bevor die proamerikanischen Rebellen, insbesondere der paramilitärische Rechte-Sektor, die Volksmassen gegeneinander aufhetzten und spalteten. Und nun wird die kriegsmüde Bevölkerung der Westukraine einmal mehr, diesmal durch die fehlende Kohle, gegen die ebenso friedliebenden Landsleute im Donbass aufgestachelt. Dabei haben doch im Juli 2016 Hunderttausende Ukrainer aus Ost und West an einem Friedensmarsch nach Kiew teilgenommen, um das Kiewer-Regime zum Kriegsende im Donbass zu bewegen. Auslöser der erneuten Unruhen ist wiederum der rechte Sektor, der paramilitärische Teil der Kiewer-Putsch-Regierung, der durch seine Gewalteskalationen schon bei den Maidanunruhen den Regierungsputsch einleitete. Denn dieser kann sich nur aufgrund der Uneinigkeit im Volk halten und ihre gnadenlose Politik fortsetzen. Von daher lohnt es sich, für jeden Menschen und alle Völker jegliche verklagenden Aufhetzungen exakt auf den Grund zu gehen, was genau die Ursachen, Zusammenhänge und Auswirkungen sind. Und da bleibt dies, nimmt die kräftezehrende Spaltung ihren Lauf. Das zerstrittene Volk ist immer der Leidtragende und aufgrund der mangelnden Einheit sogleich auch hilflos und unterlegen im Kampf für Gerechtigkeit. Demokratie-Missionare als Todesengel Namen und Verbindungen westlicher NGOs im Dienste globaler Kriegstreiber. Bei allen jüngsten Regierungsumstürzen der Welt spielten westliche Nichtregierungsorganisationen neben verschiedenen Geheimdiensten eine zentrale Rolle. Von Serbien über den Irak, Georgien, die Länder des sogenannten Arabischen Frühlings, bis zuletzt in die Ukraine destabilisieren sie als Missionswerke für Demokratie ihre heimgesuchten Länder ganz gezielt. Nichtregierungsorganisationen zu englisch Non-Governmental Organizations oder kurz NGOs sind private Organisationen, die nicht im Auftrag einer Regierung handeln. Zahlreiche westliche Demokratie-Missionswerke coachten in den letzten Jahren im NGO-Gewand die Regierungsgegner unliebsamer Länder, finanzierten Revolutionäre in angeblichen Diktaturen, zettelten Massenaufstände an und ebneten damit den Weg für Kriege, Verwüstung und Tod. Europa bekommt dieses Leid aktuell in Gestalt einer dramatischen Flüchtlingswelle zu spüren. Nichtregierungsorganisationen, wir nennen sie von nun an nur noch NGOs, sind nicht ungefährlicher, nur weil offiziell keine Regierung hinter ihnen steckt. Im Gegenteil, die mächtigsten NGOs der Welt agieren in der Machthierarchie sogar deutlich über einzelnen Regierungen. Mit ihnen sind dann weitere Netzwerke von einflussreichen NGOs verfilzt. Diese schmücken sich jeweils gerne damit, völlig regierungsunabhängig und privat tätig zu sein, zum Beispiel als edle Hilfswerke für eine sogenannt offene Zivilgesellschaft in rückständigen Ländern. Doch genau da liegt das Problem. Die mächtigsten Kriegstreiber auf Erden sind längst nicht mehr Staaten und Regierungen, sondern diejenigen privaten Gruppen, die diese Staaten und Regierungen an der Leine führen. Moment, mag man da jetzt denken. In einer Demokratie ist das Volk doch immer der oberste Souverän und über den gewählten Regierungen gibt es keine zusätzlichen Instanzen mehr. Doch das ist ein Irrtum. Die Macht auf Erden wurde in Wirklichkeit längst privatisiert. So zumindest drücken es die renommierten Soziologie-Professoren Hans-Jürgen Grismansky und George William Domhoff aus. Sie beweisen mit aufwendigen Studien, dass in den USA eine Elite der Hochfinanz real existiert, die in Wirklichkeit über der gewählten demokratischen Regierung agiert. Grismansky schreibt, Die Durchsetzung zentraler politischer Entscheidungen und Strategien sei nicht, wie in der öffentlichen Mythologie propagiert, das Ergebnis parlamentarisch-demokratischer Prozesse, die letztlich vom Wähler vom Volk souverän ausgehen. In Wirklichkeit bestimme ein anderer Souverän, nämlich diejenigen Gruppen, die über die größte Geldmacht verfügen. Bringen wir darum etwas Licht ins Dunkel, teilen diese privaten Gruppen in fünf Kategorien auf und ordnen die Demokratisierungs-NGOs dabei sauber ein. Erstens Kategorie Hinterzimmer, globalistische Thinktanks. Zweite Kategorie Finanzierung, Training. Dazu gehören die Demokratisierungs-NGOs. Dritte Kategorie Rhetorischer Support. Darunter fallen westliche Menschenrechtsstiftungen. Vierte Kategorie Internationale Organisationen. Fünfte Kategorie Lokale Straßenfront. Das sind die lokalen Handlanger-NGOs, wie wir sie mal nennen. Kategorie 1 Beginnen wir ganz oben in der Macht-Hierarchie bei der Kategorie Hinterzimmer. Dort operieren sogenannte Thinktanks, also Denkfabriken, oder nennen wir sie besser Glaubensgemeinschaften. Um einen genaueren Einblick zu erhalten, wechseln wir nun unsere detaillierte Darstellung. Ein Schema, das uns zeigt, dass es sich bei diesen Thinktanks um private Clubs handelt, in denen die mächtigsten Menschen der Welt, die Spitzen der größten Megakonzerne der Erde und die reichsten Leute aller Zeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit miteinander verbandelt sind. In diesen Schattenkirchen des Globalismus kommt es ohne jede demokratische Kontrolle und Legitimation zu gewichtigen Absprachen. Diese Absprachen bestimmen nachweislich die großen, angeblich demokratischen Marschrouten in der westlich dominierten Welt. Die mächtigsten Thinktanks der Welt agieren laut Chris Mansky weit über einer einzelnen Regierung und lenken dabei selbst den jeweiligen US-Präsidenten. Sehen wir uns einmal an, wer in diesem Club sitzt und merken uns ihre Namen. Alle diese Informationen sind offenkundig und zum Beispiel bei Wikipedia nachprüfbar. Stand 2015. Das Brockings Institute Das Brockings Institute gilt als eine der mächtigsten Denkfabriken, English Thinktanks, der Welt. Merke, je öfter wir einzelnen Personen, Firmen und Organisationen in dieser Dokumentation noch begegnen werden, desto größer das gelbe Warndreieck unten rechts im dazugehörigen Bild. Die jeweilige Zahl im Warndreieck gibt an, wie häufig die betreffende Person, Institution oder Firma in unserem Schema vertreten ist. Bei Brockings engagierte Banken, Versicherungen und Finanziers für ein aufmerksameres Studium der jeweiligen Namen kann die Wiedergabe pausiert werden. Erdölkonzerne Stiftungen Rüstung und Industrie Beispiele für andere Megakonzerne Weiter zur International Crisis Group Die ICG gilt als der hauptsächliche Ansprechpartner für westliche Regierungen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die EU und die Weltbank, wenn es um Kriegsfragen geht. Bemerkenswerte Vorstände Man beachte wieder die gelben Wahndreiecke Bemerkenswerte Supporter Wichtige Berater Dann das Council on Foreign Relations Eine Elitegruppe mit 4500 Mitgliedern Gegründet 1921 in New York von den jüdischen Bankiers Paul Warburg Otto Hermann Kahn und Freunden Publiziert die Zeitschrift Foreign Affairs welche von der Washington Post als Bibel des außenpolitischen Denkens bezeichnet wird Big Money vertreten im Council on Foreign Relations Big Oil Kommunikationsriesen Pharmagiganten Rüstungs- und Industriegroßkonzerne Medienkonglomerate Lobbyisten und PR-Giganten Konsumindustrie Eine kleine Auswahl prominenter Mitglieder David Rockefeller George Soros Mitt Romney John McCain George Herbert Walker Bush Bill Clinton Hillary Clinton Jimmy Carter Al Gore Henry Kissinger Spineff Brzezinski Der erste Chef aller 17 US-amerikanischen Geheimdienste zusammen John Negro Ponte Die Präsidentin der FED Janet Yellen Der Chef von Goldman Sachs Liotte Blankfein ABC News-Präsident Benjamin Sherwood Der Gründer und CEO von News Corp und Fox News Robert Murdoch Der Präsident des jüdischen Weltkongresses Ronald Lorde Der elfte Präsident der Weltbank Robert Selleck Der Präsident von Time Warner Jeffrey Berkus Oberste US-Richter wie John Roberts Ruth Wather-Ginsburg Steven Breyer Höchste Generäle und Geheimdienstchefs der USA wie Stanley A. McChrystal David Petrius John R. Allen Der Filmproduzent Lawrence Bender Die Filmstars Angelina Jolie und George Clooney Auch US-Präsidentschaftskandidaten, die sich im Wahlkampf als Rivalen inszenieren, weisen oft beide Verbindungen zum CFR auf, wie etwa Barack Obama und Mitt Romney. Um zu verstehen, welche Machtfülle das CFR besitzt, muss man wissen, dass sowohl die Ideen als auch die Entwürfe für die Projekte UNO, NATO, Weltbank, IWF und Marshallplan direkt in den Hinterzimmern dieser Glaubensgemeinschaft entstanden, was man in jedem guten Lexikon auch nachprüfen kann. Egal wie neutral und global sich diese internationalen Organisationen also gerne darstellen mögen, sie sind in Wirklichkeit nichts anderes als Ausgeburten der Mächtigen von Kategorie 1. Fazit Bei so viel Machtkonzentration in einem einzigen privaten Elite-Club muss es dem Souverän, das heißt dem Volk, schwindelig werden. Der Soziologie-Professor George William Domhoff von der University of California sagte, dass die Wichtigkeit dieser Vereinigung, des CFR, für das Verständnis der Grundmotive und der Grundlinien amerikanischer Weltpolitik kaum hoch genug veranschlagt werden kann. Weiter sagte er, dass die allermeisten Bürger nicht einmal eine Ahnung von der Existenz eines solchen Gremiums haben. Nun zum Chatham House. Das Chatham House ist die britische Partnersekte des amerikanischen CFR und zählt 75 Großkonzerne und 2770 Einzelpersonen als Mitglieder. Es steht unter der Schirmherrschaft von Queen Elizabeth II. Seine wichtigsten Schlüsselprojekte werden von der Rockefeller Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation, der Konrad Adenauer Stiftung, der NATO oder der EU finanziert und gesponsert. Die vom Chatham House publizierten Zeitschriften International Affairs und The World Today zählen zu den führenden Fachorganen der internationalen Politik. Big Money und Big Oil Medien Konsumindustrie Stiftungen Kommunikationsriesen Übrige Industriezweige Pharmagiganten Das Chatham House glänzt nicht durch Transparenz. Die sogenannte Chatham House Rule, eine Verschwiegenheitsklausel, die auch auf den untergeordneten Bilderberger Konferenzen und beim vorhin genannten Council on Foreign Relations gilt, besagt, dass die Teilnehmer keine Namen und Identitäten zu internen Absprachen nennen dürfen. Zusammenfassend für Kategorie 1 wollen wir nochmal den emeritierten Professor für Soziologie an der Uni Münster, Hans-Jürgen Grismanski, zu Wort kommen lassen. Diese Policy Discussion Groups, Thinktanks, stellen die machtpolitischen Kerne des Einflusssystems der Geld- und Machteliten dar. Letztendlich sei auf diese Weise sichergestellt, dass nur Regelungen und Gesetze der ursprünglichen Auftraggeber realisiert werden. Mächtige Thinktanks bestimmen also die großen Leitlinien der westlichen Politik und ihre Filialen in Deutschland, wie zum Beispiel die Atlantikbrücke, dort sind Leute wie Angela Merkel, Joachim Gauck, der ZDF-Moderator Klaus Weber und so weiter angedockt, oder die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, setzen diese Vorgaben von oben dann willig und in vorauseilendem Gehorsam um. Doch gibt es eben Länder, die bei diesem Spiel nicht ganz so willig mitmachen, wie es Deutschland so vorbildlich tut. Diesen Ländern wird dann, wenn nötig, etwas blutige Nachhilfe in Sachen Demokratie gegeben. Dies wird dann aber von den angeblich wohltätigen NGOs der Kategorie 2, Finanzierung und Training eingefädelt. Kategorie 2. Wir beginnen mit dem Beispiel der Open Society Foundations. Das ist ein ganzer Verband von NGOs unter dem Patronat von George Soros, Geburtsname gemäß Wikipedia Georg Schwarz. Seine NGOs organisierten und überwachten schon 2003 die Georgische Rosenrevolution, die zur Machtübergabe an den US-Günstling Mikhail Saakashvili führte. Die Orangene Revolution 2004 in der Ukraine wurde ebenfalls durch Soros-Stiftungen finanziert. Schon 2011 warnte der russische TV-Sender RT davor, dass Soros einen bevorstehenden Putsch in der Ukraine finanziere und ein libysches Szenario vorbereitet habe, was 2014 mit dem Euromaidan auch eintraf. Seine Stiftungen bereiten den Boden für kommende Unruhen in verschiedenen Ländern auf alle erdenklichen Arten und Weisen vor. Als Beispiel kam kürzlich ans Licht, dass die mazedonischen Studenten 1.500 Dollar für Umsturzvorschläge bezahlten. Soros finanziert auch das NED mit, womit wir gerade bei der nächsten Stiftung der Kategorie 2 Finanzierung und Training wären. Das National Endowment for Democracy, NED Das NED fördert über 1000 Projekte mit sogenannt demokratischen Zielen in über 90 Ländern. Bei praktisch jedem Regierungsumsturz der jüngsten Zeit findet man seine Handschrift. Die Führungsriege des NED ist gespickt mit Mitgliedern des CFR und Vertretern der Megakonzerne, die auch in den anderen großen Thinktanks sitzen. Der NED-Gründer Alan Weinstein sagte es offen heraus. Eine Menge von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA verdeckt getan. Selbst die New York Times musste in einem Randartikel einräumen, dass das NED den arabischen Frühling maßgeblich orchestrierte. Movements.org Das ist eine auf Jugendkrawalle spezialisierte Demokratisierungs-NGO, die zum Beispiel die ägyptische Jugendbewegung des 6. April von einer kleinen unwichtigen Facebook-Gruppe zu der führenden Bewegung der ägyptischen Revolution im Jahr 2011 aufbaute. Sie wird finanziert vom selben Konglomerat von Großkonzernen, das auch in den obersten Thinktanks vertreten ist. Zum Beispiel Google, Facebook, CBC News, MSNBC, Pepsi und so weiter. Überdies ist Movements.org auch direkt mit dem US-Außenministerium verbandelt. Weitere Beispiele für NGOs in der Kategorie 2 Finanzierung und Training Ford Foundation, Oak Foundation, Secret Drawsing Trust, Rockefeller Foundation. Die NGOs der Kategorie 2 finanzieren und trainieren dann die lokale Straßenfront, also die Kategorie 5. Das sind kleine Hinterhof-Protestgruppen in Ländern mit unliebsamer Regierung, die je nach Bedarf zu medialen Helden der Freiheit und der Demokratie hochstilisiert werden. Beispiele dafür sind Gruppen wie, wir kommen zu Kategorie 5, Otpor, Canvas in Serbien. Inszenierte den Sturz der serbischen Regierung im Jahr 2000. Canvas, die Nachfolgeorganisation von Otpor, unterstützt mit US-Finanzierung bis heute sogenannte Farbenrevolutionen in aller Welt. Open Ukraine. Das Beispiel in der Ukraine. Die einst unbedeutende ukrainische NGO des heutigen ukrainischen Ministerpräsidenten Arsenij Yasenjuk war maßgeblich am Sturz der ukrainischen Regierung 2014 beteiligt. Sie wurde direkt vom NED und dem Chatham House finanziert, wie man auf deren Webseite öffentlich einsehen konnte. Die bereits genannte Jugendbewegung des 6. April als Beispiel für Ägypten gehörte zu den gefeierten Helden der Revolution in Ägypten 2011. Weitere Beispiele von lokalen Handlanger-NGOs sind Free Malaysia Today, Brachatei, Pussy Riot, Open Russia, Demokratische Alternative Da, Arab Commission for Human Rights, Bahrain Center for Human Rights, die junge Revolutionsführerin Nsarkadi als Beispiel für Jemen, die Nationale Front für die Rettung Libyens, und so weiter. Fast jedes Land der Welt beherbergt solche lokalen Missionsstationen. Nebenbei bemerkt, Russland begann in den letzten Jahren diese von Globalisten finanzierten Unterwanderungs-NGOs einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. Die westlichen Medien versuchen dies nun als großen Beweis dafür zu verkaufen, dass Putins Russland immer totalitärer wird. Allerdings gilt in den USA und in Israel dieselbe Bewilligungspflicht für ausländisch finanzierte NGOs schon seit Jahrzehnten. Und da wären wir auch bereits bei der Rhetorikabteilung angekommen. Unterstützt wird die lokale Straßenfront nämlich bei ihrem Treiben jeweils tatkräftig von der Rhetorikabteilung, die sie wahlweise heilig spricht, ihr die nötigen Auszeichnungen verleiht oder die mediale Hysterie in die gewünschte Richtung lenkt. Zur Kategorie rhetorischer Support gehören NGOs wie Kategorie 3 Human Rights Watch, wird ebenfalls von George Soros finanziert. Über 100 Akademiker aus aller Welt kritisierten im Mai 2014 in einem offenen Brief die Verfilzung von Human Rights Watch mit der CIA und hohen US-Regierungskreisen und deren Hintermännern. Ärzte ohne Grenzen, MSF Ein Beispiel, die vom MSF hochgespielte humanitäre Krise, welche die Begründung für die NATO-Bomben auf Belgrad im Kosovo-Konflikt war, konnte durch spätere Untersuchungen nie beglaubigt werden. Die USA haben sich inzwischen im Kosovo aber eine enorme Militärbasis aufgebaut. Ein weiteres Beispiel, Amnesty International. Hier die Verbindung von Amnesty zum Beispiel zum Chatham House. Ein früheres Vorstandsmitglied von Amnesty USA, Professor Francis Boyle, warnt davor, dass Amnesty International und Amnesty USA imperialistische Werkzeuge seien. Beispielsweise veröffentlichte Amnesty International im Dezember 1990 die sogenannte Brutkastenlüge, die den ersten Irakkrieg legitimierte. Dann Reporter ohne Grenzen. Wird auch vom NED, Soros und so weiter finanziert. Die Auswahl der in Sachen Pressefreiheit angeprangerten Länder orientiert sich eigentlich stets 1 zu 1 an der schwarzen Liste des US-Außenministeriums. Die USA selber und ihre Verbündeten müssen aber keine fundamentale Kritik befürchten. So zum Beispiel wurde die Tötung von 16 Mitarbeitern der jugoslawischen Fernsehstation RTS durch einen NATO-Luftangriff im April 1999 im Jahresbericht der Reporter ohne Grenzen nicht einmal erwähnt. Dann ein Beispiel für eine Organisation, die ihren eigenen Schöpfern die benötigten Auszeichnungen verleiht, die IWMF. Das ist die Internationale Frauenmedienstiftung, ein Club, der unter dem Vorwand, mutige Journalistinnen auszuzeichnen, Volksverhetzung in unliebsamen Ländern finanziert und fördert. Hier leisten wir uns abschließend noch einmal einen genaueren Blick auf die beteiligten Firmen und Organisationen, denn wir kennen sie bereits. Fazit Die Frage, wie viel Regierung hinter einer NGO steckt, scheint angesichts dieser immer gleichen privaten Namen geradezu belanglos zu werden. Die Frage, wie viel private Macht hinter einer Regierung steckt, ist heute die eigentlich zentrale geworden. Wie wir nun aufgezeigt haben, existieren völlig private Glaubensgemeinschaften, in denen sich die reichsten und mächtigsten Leute der Welt tummeln, über das Schicksal ganzer Nationen, über Krieg und Frieden auf unserer Welt verfügen, als wäre das ein Spiel. Während sie selbst in keiner Weise demokratisch legitimiert sind, hinterlässt ihre Heilslehre der Demokratie ganze Länder in Schutt und Asche. Unsere Aufzählung beansprucht allerdings keinerlei Vollständigkeit und lebt davon, ergänzt zu werden. Helfen Sie uns dabei mit. Merken Sie sich auch die in dieser Sendung genannten Namen und Firmen. Sie werden dadurch einen ganz anderen Blick auf die tägliche Berichterstattung erhalten. Abschließend bleibt noch eine Frage offen. Welche Personen geben bei fragwürdigen Hinterzimmer-Thinktanks wie dem Brockings Institute, der International Crisis Group, dem Council on Foreign Relations oder dem Chatham House intern wirklich den Ton an? Denn jede Kirche hat ihr Oberhaupt und jede Sekte ihren Boss. Die Welt hat ein Recht darauf, ihre exakten Namen durch solide Quellen belegt, zu erfahren. Insider- und Aussteigerberichte sind hierzu gefragt. Melden Sie sich bei uns.